Für uns, die wir von anderen Ländern aus Gottes Wirken in Deutschland beobachten, ist es eine enorme Ermutigung, die Gründung eines strategischen Studienzentrums unter dem Banner des Martin-Buzzer-Seminars mitzuerleben. Die Gründung eines Studienzentrums oder eines Seminars führt natürlich nur zu wenig Jubel, wenn er der Schrift nicht treu ist. Ein Studienzentrum jedoch, welches sich der wohl überlegten biblischen Theologie, der Auslegungspredigt mit Salbung, tief empfundener christlicher Überzeugung und dem Wunsch, Männer für Gemeindegründung zu schulen, die wirklich durch das Wort Gottes geformt sind und eine Leidenschaft für Gott und das Evangelium haben, widmet, das ist Grund genug für Christen in aller Welt, unserem Herrn Jesus, der versprach, ich brauche meine Gemeinde Dank zu geben. Möge der Herr die Hände und Herzen derjenigen, die sich dieser Sache widmen, stärken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.